so da jetzt aber das ist ja keins weil ich die emotion regt mich gerade auf das Problem ist, er sieht mich gleich ja, das war irgendwie klar wow komm greif halt an greif halt diesen verdammten schlachtleute an was haben wir hier, weil ich oben stehe das ist ja gleich kaputt ach nie, kann ich in Ruhe scannen so und jetzt wo denn ja 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 Was ist das? Die Mission finde ich sehr merkwürdig. Ja, was denn? Ja, was denn? So. 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 Ich finde hier auch ehrlich gesagt nichts mehr. Schauen wir uns jetzt einfach mal das da an. So. 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 Da unten wahrscheinlich Oh, das haben wir doch schon ganz am Anfang Bitte Oh, der Weltraum macht mich ganz Da, nochmal ganz langsam Bitte, war das jetzt die ganze Zeit dir? Fail Was? Ich würde jetzt die Station blieben Da warten dann wieder Schiffe auf uns Okay Ich bin blöd Ich darf mich jetzt auch gleich an Wir haben Feindkontakt Komm Greif Ja, gleich ist kaputt Jetzt Da, wir haben uns jetzt runter beamen müssen Runter beamen Akzeptieren Ja, das war jetzt kompliziert Also ich habe mich einfach nur dumm angestellt Zumal muss ich sagen Aber naja Kann auch mal passieren Ein Computerkirn hoch Wo ist da ein Computerkirn? Was sind das? Was sind das? Feindige Aber von welchem Computerkirn? Wenn ich fragen darf Anomale Werte scannen Nehmen wir mal das Gewehr in die Hand Krieger Krieger, komm Ich bin vorne Komm Alles klar Das ist das? Wie ist das? Ja Es ist das? Ja Wie ist das? Ja Was ist das? Ja komm gegen die stimme nehmen so und dann daten übermitteln der sie den computer kehren so einfach mal verteidigen ja was kommt da noch was ja die bibel wie man sich auch so offensichtlichen 30 sekunden noch 4 3 2 1 0 lassen das ist sie das system ja ich glaube wir haben jetzt auch geschafft auf welch mal die einflotte rufen genau hier wir gehen jetzt einfach mal alles an arbeiten arbeiten okay wir gehen jetzt einfach mal zum sektor raum würde ich mal sagen okay das ist jetzt komisch und verabschiede ich mich bis zum nächsten mal euer Klapp hat die.